In Zeig mir deine Welt treffe ich besondere Menschen. Morgen, hallo. Menschen, die sich einem Thema stellen, das wir alle gerne verdrängen. Ich habe keine Angst vor dem Tod. Wäre dir wirklich lieber, du hättest heute ein Enddatum? Das ist eine gute Frage, würdest du wissen wollen, wenn du stürmst? Das ist meine Wunschliste, was ich alles so noch vorhabe. Mit dem Tod irgendwie umzugehen gehört auch mit zum Leben. Aber ich habe auch noch keine Lust zu gehen. Menschen wie Petra. Meine Mutter findet das jetzt so gar nicht schlecht. Habe ich endlich mal eine gerade Frisur. Der 19-jährige Kevin. Also hoffe ich, dass mir das Schicksal noch ein bisschen Zeit gibt, um das Schöne im Leben zu erfahren. Benni aus Schwäbisch Hall. Die wievielte Kämmer ist das? Oh Gott, noch nie gezählt. Diese Menschen zeigen mir ihre Welt. Immer wenn es positive Ergebnisse gab, dann habe ich gesagt, denen zeigst du es. Und das wirst du nicht machen, du wirst nicht sterben. Ich sage immer, es gibt Schlimmeres, weil das ist halt so mein Motto. Und sie schenken mir etwas sehr Kostbares. Ihre Zeit. Und die füllen wir mit unvergesslichen Erlebnissen. Eigentlich wollte ich mit dir was ganz Verrücktes machen. Hast du eine warme Jacke? Hast du warme Schuhe? Ja. Ja genau, das ist dein Leben. Das ist wie du lebst. Und wir manchmal fliegen, nicht mal wissen, wie es geht. Und wir immer wieder aufstehen, anfangen zu gehen. Ja genau, das ist dein Leben. Und du wirst es nie verstehen. 6 Uhr 30. Die Straßen in Elmshorn bei Hamburg sind noch dunkel. Doch in einem Haus brennt bereits Licht. Hier wohnt Petra mit ihrer Familie. Und hier ist schon richtig was los. Guten Morgen. Na? Hey. Hallo, ich bin Petra. Morgen Frank. Hi. Petra und Frank haben 4 Kinder. Die 14-jährige Larissa. Nele ist 11. Grüß dich. Guten Morgen. Emily 6 und Tommys 10 Jahre alt. Die Familie frühstückt jeden Morgen zusammen. Guck mal, kannst du gleich mithelfen? Du bist gleich eingespannt. Kindersalami, gar kein Problem. Petra betreibt ein gut organisiertes Familienunternehmen. Und ich bin der neue Mitarbeiter. Zähne putzen. Boah, du machst das aber ordentlich. Ein Wackel. Ein Wackel. Fertigmachen für die Schule. So an. Jacke. Und los geht's. Tschüss. Tschüss Kinder. Viel Spaß in der Schule. Tschüss. Ist ja fliegender Start hier. Alle aus dem Haus. Alle aus dem Haus. Jetzt haben wir Pause. Genau. Jetzt haben wir einen Moment Ruhe. Petra hat Krebs und macht gerade mal wieder eine Chemotherapie. Ich muss mir das immer ein bisschen schneiden. Meine Zähne sind leider auch nicht mehr die besten mittlerweile. Und das kommt auch alles von der Chemo? Kommt alles von der Chemo, ja. Nicht nur die Haare gehen aus, sondern es zerfällt ja alles. Die Nägel quasi. Dieses Schwarze hier. Die fallen auch irgendwann ab dann. Das ist ganz fürchterlich. Da gehen ja halt ganz viele Zellen kaputt. Wie lange liegt denn die erste Diagnose zurück? Die allererste? Drei Jahre. 2012. Ich hatte so eine kleine Delle unter der Achselhöhle. Beim Duschen habe ich das gemerkt und dann war da dieser kleine Hubbel. Da habe ich noch gedacht, das ist alles, das stimmt ja gar nicht. Und ich habe gesagt, ich kann doch jetzt nicht krank sein. Vor vier Jahren ist Petras Welt noch eine andere. In ihrer Freizeit steht sie mit voller Power auf der Theaterbühne. Am 27. Februar 2012 erhält sie die Diagnose Brustkrebs. Bei mir haben sie ja die Brust dann komplett abgenommen, weil sie gesagt haben, es waren neun oder zwölf Tumore in der Brust tatsächlich. Und das ging so zack, zack, zack. Verstehen die oder haben die Kinder das in jungem Alter schon verstanden, was da mit dir passiert ist? Ja, doch. Also wir haben die auch gleich mit ins Boot geholt. Wir haben das auch sehr positiv verpackt. Also die waren nicht traurig darüber, wo die Haare ausgefallen ist, sondern wir haben da so ein Event draus gemacht. Wir haben uns hier in die Küche gesetzt, haben die Haare, die durften alle mal die Geschirrmaschine nehmen. Und dann haben wir die Haare erstmal zum Iroh geschnitten. Und dadurch hatten die auch nie Angst. Petra kämpft. Und ihre Familie gibt ihr unendlich viel Kraft. Langsam findet sie in ihr altes Leben zurück. Doch am 9. Januar 2015 bekommt sie die zweite Diagnose. Der Krebs hat gestreut, Tumore in der Leber. Ich wollte einen Brustaufbau machen lassen. Und so nach drei Jahren habe ich gedacht, Mensch, jetzt eigentlich läuft alles ganz gut, du bist ja gesund. Und vielleicht bist du 40, da kann man ja doch nochmal mit zwei Brüsten rumlaufen, das wäre ja ganz nett. Und dann lag ich da auf der Pritsche und da haben die gesagt, das sieht nicht gut aus für Orsten. Und ich dachte, ja, was wollen die denn? Und bei mir war halt die ganze Leber schon zersetzt. Und im Nachhinein haben sie auch rausgefunden, dass ich noch Knochenmetastasen gehabt habe wohl. Und wo sie dann gesagt haben, dass ich daran sterben werde und womöglich nur noch sechs Monate zu leben habe, da habe ich schon gedacht, also das ist wie ein falscher Film. Da denkst du, das kann doch nicht sein. Mit der Nachricht, sie habe nur noch sechs Monate zu leben, feiert sie den Geburtstag ihrer Tochter Nele. Und lässt sich nichts anmerken. Das heißt, ihr habt an dem Tag dann Nele's Geburtstag gefeiert. Ja, das war auch echt schwer. Das war richtig schwer. Aber es ging. Wir haben es nicht gemerkt. Ja, sehr traurig. Das ist das, was ich mir überhaupt nicht vorstellen kann. Also auch als Vater nicht vorstellen kann, dass man mit dieser Diagnose lebt und jeden Tag seine Kinder vor sich sieht. Das ist furchtbar. Und dann war auch so Sachen, dann kommt die Konfirmation von der Großen oder die Einschulung oder so, wo du sagst, oh Gott, vielleicht bist du da gar nicht mehr da. Vielleicht erlebst du das gar nicht mehr. Das ist schlimm. Immer wenn es positive Ergebnisse gab, dann habe ich wieder gesagt, siehst du, noch was geschafft und noch was geschafft und denen zeigst du es und das wirst du nicht machen, du wirst nicht sterben. Und wo ich jetzt, ich meine, immerhin bin ich noch hier und das halbe Jahr ist schon rum und das ist doch schon mal, schon mal gewinnen. Wie lange wachsen die Haare jetzt schon wieder? Seit drei Wochen. Meine Mutter findet das jetzt so gar nicht schlecht. Aber ich habe endlich mal eine gerade Frisur, nicht so wild durcheinander. Siehst du so zerzaust aus. Genau. Hier im Garten, hier bin ich, Mann, hier darf ich sein. Mit meiner Säge, ja. Ist das dein Bereich hier? Ja, die Heckische ist vollständig mein Bereich. Und der Garten ansonsten? Teilen wir uns. Aber das sind ja wahrscheinlichste Sachen, für die war jetzt auch nicht immer Zeit, oder? Alleine mit vier Kindern und allem, was mit der Familie da zusammenhängt? Das kriege ich im Augenblick ganz gut hin. Wenn natürlich, wenn sie von der Chemo kommen und völlig alle ist, dann ist das auch für mich ein bisschen anders. Gerade, dass man nichts tun kann. Ist das für dich ein Problem? Also wenn du so zuschauen musst? Absolut. Also das ist ein großes Problem. Und ich muss mich selber ausschützen, weil umso mehr ich belastet bin, umso weniger kann ich den Kindern und Petra helfen. Ich habe keine Angst vor dem Tod. Was meine Familie angeht, habe ich mehr Angst. Versuchst du den Kindern eher quasi Normalität zu geben? Oder geht man auch offensiv damit um? Also beides. Wir gehen offensiv damit um sowieso. Wir sind dann immer hingegangen und haben ihnen alles schonungslos eigentlich erzählt. Sie begreifen es, aber machen trotzdem ihr Leben. So ein bisschen die kindliche Unbekümmertheit auch mit so einem Thema. Absolut. Ja, das ist Kindheit jetzt. Ich meine, wenn nicht jetzt, wann dann? Hier, du kannst auch eine aufsetzen. Petra und ich unterhalten uns über das Liebste, was sie hat. Ihre Familie. Ihre Kinder. Wir stöbern in Petras Vergangenheit. Die Hochzeit mit Frank 1993. Oder ihr Urlaub in New York. Ich möchte das Familienalbum um ein neues Foto erweitern. Und dabei soll es um ihre größte Leidenschaft gehen. Freizeitparks. Ich bin die größte Achterbahnfahrerin, wie es gibt. Ich liebe Freizeitparks. Also das ist für mich das, ja, das finde ich wirklich toll. Je höher, je döller, je besser. Geht es dir heute gut? Mhm. Denkst du, es wird dir morgen auch gut gehen? Davon gehe ich aus, na klar. Eigentlich wollte ich mit dir was ganz Verrücktes machen. Okay. Es gibt ganz in der Nähe vom Londoner Flughafen, gibt es einen Freizeitpark. Die haben ganz verrückte Achterbahnen. Unter der anderen gibt es da eine, die hat nämlich zehn Lubix. Und da bin ich mit dir hin. Nach London? Ja. Heute? Ja. Also, ich würde da mit dir heute hinfliegen, fahr nach der Bahn und dann fliegen wir wieder nach Hause. Du veräppelst mich jetzt, oder? Nein. Ernst gemeint. Cool. Ja, geil. Das kann ich gar nicht, das glaube ich jetzt gar nicht. Meinst du das wirklich ernst? Ja, das mache ich wirklich ernst. Cool. Finde ich geil. Ja? Ja. Und wir legen noch einen oben drauf. Mir verraten Petras Familie nicht, was wir vorhaben. Wir überraschen sie mit Bildern und Videos, wenn wir zurück sind. Mal sehen, ob sie das mitmachen. Die Stimmung ist ausgelassen. Das könnte klappen. Pass auf, bevor wir irgendwas anders machen, habe ich eine Frage an euch. Ich möchte mit eurer Mama gerne was unternehmen und würde mir sie gerne für einen Dreivierteltag ausleihen und wir sind morgen Nachmittag wieder da. Was macht ihr denn Schönes? Das sagen wir euch morgen, wenn wir wieder da sind. Ist das für euch okay? Ja. Das ist absolut okay, ne? Okay. Okay. Auf geht's nach London. Einmal Achterbahn und zurück. Unser verrückter Plan wird in die Tat umgesetzt. Petra kann nicht aufhören zu strahlen. Weißt du, worüber ich mich so freue? Ja. Dass du so einen Spess an der Nummer hast. Das ist unglaublich. Genau. Das werde ich als Großmutter mit 87, werde ich das dann noch erzählen. Dein Enkel. Genau. So machen wir das. Jetzt geht's los. London begrüßt uns am nächsten Morgen standesgemäß mit Wind und Regen. Jetzt geht's los. Aber davon lassen wir uns nicht die Laune vermiesen. Im Thorpe Park steht eine der spektakulärsten Achterbahnen Europas. Und das Beste ist, wir haben den ganzen Park für uns alleine. Colossus gehört uns. Für uns ganz alleine. Ganz alleine. Hallo. Wir zwei. Geil. Wir betreten die völlig leere Achterbahn. Kein Anstehen. Einfach rein. Ein tolles Gefühl. Ja. Damit wir Petras Familie heute Abend alles zeigen können, werden wir noch mit Spezialkameras ausgestattet. So viele Männer hatte ich noch nie auf einmal mitgekommen. Kommst du so nah. An dir dran. Cool. Es geht los. Zuerst einmal rauf auf 30 Meter Höhe. Vor uns liegen 850 Meter Schienen. Das geht gleich ab wie Schmitz Katze. Kippe mal auf. Ja. Ja. Mit 70 Stundenkilometer rasen wir durch die Luft. In diesem Moment scheint alles perfekt. Petra vergisst ihre Sorgen. Oh Mann. Zehn Loopings und anderthalb Minuten später ist die wilde Fahrt vorbei. Oh. Oh mein Gott. Unheimlich cool. Okay, gleich nochmal durchstarten. Okay, we'll do one more. Petra ist nicht mehr zu bremsen. Und das Foto fürs Familienalbum wird auch geschossen. Wir halten gar nicht an. Wir fahren gleich weiter. Eine geht noch. Und nochmal. Mission erfüllt. Oh, ich hab ganz wackelig Geweine. Alter, schön. Tja. Und jetzt zurück zum Flughafen wieder nach Hause. Sehr gerne. Oh, danke schön. So viel Spaß hat es. So viel Spaß hat es jetzt. Nein, wirklich gut. Über mich auch nicht mehr. Ja. Schon geht's wieder zurück. Was für ein Abenteuer. Jetzt wird es Zeit, das Geheimnis zu lüften. Und Geschenke gibt es auch noch. Und für die Mama. Hier ist es. Das neue Foto fürs Familienalbum. Ich danke dir noch mal. Vielen, 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 vielen Dank. Ich danke dir. Oh, ja. Läuft das Handy? Läuft schon. Prima, alles klar. 2015 wollen wir jetzt auch abhacken. Das war nämlich ziemlich Mist. Und jetzt kommt 2016. 2016, der Anbau wird bestimmt noch richtig schön. Oh ja, und mein Geburtstag. Und die neue Schule. Und den Urlaub. Und ich freue mich, dass ich weniger Medikamente nehmen muss. Oh ja. Das ist das Wichtigste. Tschüss. Tschüss. Der moderne Campus Lingen gehört zur Hochschule Osnabrück. Ich bin hier auf der Suche nach einem ganz besonderen Studenten. Er ist 20 Jahre alt und frisch immatrikuliert. Das ist Kevin. Kevin sitzt im Rollstuhl, weil er eine unheilbare Muskelkrankheit hat. Der BWL-Student weiß nicht, dass ich ihn heute besuche. Tag. Hallo. Okay. Hallo. Wir sind doch kein Flaumen, oder? Du bist doch Kevin, oder? Ja, richtig. Grüß dich, Kevin. Okay. Hallo. Hallo. Wie läuft's hier? Äh, ganz gut. Ich hab mich nur verrechnet. Oh, verdammt. Ich hoffe, es lag nicht an mir. Nein, lag nicht an mir. Wenn ich die Frage, wie geht's dir heute, ist das sehr unterschiedlich, oder ist es... Heute geht's mir ganz gut. Wie gehen die anderen Studenten so mit dir jetzt um, wenn du hier so mit dem Rolli in der Uni unterwegs bist? Also eigentlich, ja, ich hätte es lieber, wenn jemand mit mir redet, über sowas als gar nicht mit mir zu reden. Also das finde ich persönlich dann irgendwie noch unpassender, oder dann fühle ich mich halt noch irgendwie unwohl. Und wie lange sitzt du jetzt schon im Rollstuhl? Ähm, also im Rollstuhl sitze ich jetzt seit dem zwölften Lebensjahr. Also es ist anders als bei einer Querschnittslähmung. Bei mir sind halt nicht, dass ich nichts spüre oder so, sondern die Kraft fehlt einfach. Das heißt Muskeldystrophie Duchenne. Okay. Kevin lernt ganz normal laufen. Als er zweieinhalb Jahre alt ist, bemerken seine Eltern, dass etwas nicht stimmt. Kevins Gang ist ungewöhnlich. Untersuchungen ergeben, Kevin hat eine seltene Erbkrankheit. Seine Muskeln bauen permanent ab. Mit zwölf Jahren sitzt er im Rollstuhl. Kevin lernt, dass seine Krankheit unheilbar ist. Die wenigsten Menschen mit dieser Krankheit werden 30 Jahre alt. Letzten Endes betrifft es dann natürlich auch alle Muskeln, also zum Beispiel wie Herz und Lungen, weil ich dann irgendwann sterbe oder sterben muss. Weil das ist dann halt die Gefahr, was die Krankheit so böse macht. Böse macht, hört sich als Kinder an. Ja gut, aber was ist dann natürlich auch tragisch, weil in dem Moment, wo die Lungenmuskulatur, also die Lunge nicht mehr, die Atemmuskulatur nicht mehr funktioniert und die Herzmuskulatur nicht mehr funktioniert, kann der Körper nicht mehr funktionieren. Ja, richtig. Ich tue so viel, damit ich irgendwann sagen kann, ich habe alles getan, was ich konnte. Also dann kann ich mir selber keinen Vorwurf machen, du hättest noch mehr tun können. Und das ist dann halt so, finde ich, das, was wichtig ist, dass man nicht aufgeben sollte. Ich sage immer, es gibt Schlimmeres, auch vielleicht, wenn es das nicht gibt, aber weil das ist halt so mein Motto. Aber ich habe eins schon festgestellt, die Muskulatur, die bei dir super funktioniert, das sind die Lachmuskeln. Ich sitze zwar im Rollstuhl, aber ich bin mit meinem Leben, so wie es ist, zufrieden. Kevin ist wirklich ein beeindruckender junger Mann. Der 20-Jährige zeigt mir stolz seine Uni und seinen Hightech-Rolli. Sein Rollstuhl ist höhenverstellbar und beschleunigt auf satte 12 Stundenkilometer. Ja, also dann wollen wir ja mal sehen, wer schneller ist, ne? Hast du die Highspeed-Option drin? Ja, habe ich. Eins, zwei, drei. Oh ja, schon ordentliches Tempo. Es ist irgendwie lustig, durch die Hochschule zu rennen. Und Bremse funktioniert auch. Nicht schlecht. Jetzt aber schnell. Wir müssen noch zu Kevins Mathe vorlesen. Ist er auch hier rein? Ja, genau. Ha, da musst du ganz kurz warten, weil dann sind wir nicht die Letzten. Herr Pflaume, hallo. Ist das in Ordnung, wenn ich Ihrer Veranstaltung beiwohne? Ja, gerne. Ja, wir hören noch mal ganz kurz, was wir in der letzten Veranstaltung besprochen haben. Ich war letzte Stunde nicht da. Naja, macht nichts. Wir rechnen auch so. Das sieht ja ganz gut aus, Herr Pflaume. Ja, tippen kann ich. Ne, ne, hundertprozentig. Ich habe ja eine nicht abgeschlossene Bankausbildung. Das sind die besten Voraussetzungen fürs Fernsehen. Eine nicht abgeschlossene Abitur, ein nicht abgeschlossenes Studium, eine nicht abgeschlossene Bankausbildung. So wird man erfolgreich, meine Damen und Herren. So, meine Damen und Herren, also jetzt noch mal ernsthaft. Kevin ist ein echtes Matheass und er bringt mir so einiges bei. Und auch ich helfe da, wo Kevin meine Hilfe braucht. Nach der Vorlesung lerne ich Kevins Mutter Lee May und seinen Bruder Ricky kennen. Kevins Familie wohnt in einer Erdgeschosswohnung in Lingen. Der 20-Jährige zeigt mir sein Zimmer. Das ist dein Zimmer? Ja, das ist mein Zimmer. In welchen Momenten fühlst du dich denn am meisten eingeschränkt? Oder gibt es irgendwas, wo du sagst, boah, das ist echt richtig blöd, dass ich das nicht machen kann? Ja, also es sind nicht nur einige Sachen, sondern viele. So ganz banale Sachen, wie wenn wir dann, wir haben eine WhatsApp-Gruppe von meinen Freunden her, dann schreiben die da rein, komm, wir gehen mal da, Disco und so. Ist bei mir nicht. Möchtest du auch nicht zur Last fahren? Ja, genau das ist es. Deswegen versuch dann halt, wenn man mir zu sagen, Kevin, das ist ganz normal, da kannst du nichts gegen machen. Das gehört halt dazu. Und wie du sagst, zur Last fahren, das ist genau das. Wie ist denn das mit Mädels? Warst du schon mal richtig verliebt? Nein. Was kann ich einer Freundin schon bieten? Wenn man sich so vorstellt, jeder Normale kann dann die ansprechen oder so. Das kannst du auch. Ja, das kann ich auch, aber dann weiter. Also ich kann halt nicht das geben, was eventuell ein gesunder Junge ihr geben könnte, zum Beispiel eine Umarmung oder so. Und über die Jahre ist meine Kraft immer weniger geworden. Und an manchen Tagen hatte ich dann auch gar keine Lust mehr, weil ich habe mich gefragt, wo ist meine Kraft plötzlich hin? Wenn ich dann eine Freundin habe, ich weiß nicht, ob ich der sowas zumuten möchte. Und man muss ja erstmal die Richtige finden. So ist es. Hast du durch deine besondere Lebenssituation ein vielleicht auch besonderes Verhältnis zu deiner Mutter speziell? Ja, ein sehr gutes Verhältnis zu meiner Mutter, weil wir sind ja fast wie ein Herz und Seele. Wie nennt man das? Ja, ja, ein Herz, eine Seele. Ja, richtig, weil sie hat mir dann halt immer beigebracht, mich zu behandeln wie ein gesunder Mensch. Sie weiß genau, wie sie mir weiterhelfen kann. Und deswegen ist da ein sehr, sehr starkes Verhältnis zwischen uns beiden. Ich bin sehr froh, dass ich meine Mutter habe, so wie sie ist. Da bin ich auch sehr stolz drauf. Kannst du, glaube ich, auch sein. Als Mutter gewöhnt man sich irgendwann an die Situation, also dass Kevin krank ist und so, aber tut man das wirklich? Also ist das immer noch schwer dann zu sehen, dass er so viele Sachen eben nicht machen kann? Natürlich, natürlich ist es schwer. Aber ich frage mein Kind jeden Tag. Seit? Mit zwölf Jahren haben Kevins Muskeln so stark abgebaut, dass er nicht mehr laufen kann. Die Krankheit nimmt Kevin nach und nach seine Unabhängigkeit. Limé ist immer für ihn da. Jede Nacht steht sie auf, wenn Kevin ihre Hilfe braucht. Sie leistet einfach Unglaubliches. Wie schlimm ist das für dich, wenn du so siehst, dass es dann innerhalb einer bestimmten Zeit etwas gibt, was er dann nicht mehr machen kann? Also wo du siehst, jetzt ist es wieder, es ist ein bisschen schlechter geworden? Ganz schlimm. Da bin ich sauer. Da bin ich ganz, ganz sauer auf mich selber. Da bin ich ganz, ganz sauer auf mich selber. Aber wie gesagt, ich habe Spaß mit Kevin, so zu kämpfen, ja. Es war ganz gut. Ich liebe meine Kinder, ich tue alle. Und das mache ich. Da habe ich keinen Zweifel. Ich wünsche dir vor allen Dingen, dass du weiter so viel Kraft hast. Und ich weiß, ich schaffe auch das. Diese Mentalität, diese Power. Taiwan-Power. Am Abend schauen wir uns Aufnahmen von früher an. Erinnerungen, die für immer bleiben. Der Blick in die Vergangenheit macht deutlich, die Familie hat viel Schönes miteinander erlebt. Hier, nur Mädels mit dir im Karosser. Das sehe ich gerade auch. Jetzt soll ein neues, unvergessliches Kapitel dazukommen. Kevin weiß noch nichts von der Idee, die ich habe. Wann war es denn das letzte Mal mehr? Nein, das letzte Mal nicht. Ungefähr zwei, drei Jahre. Für wie spontan hältst du dich denn? Eher unspontan. Ich glaube eher das Gegenteil. Ist er spontan oder ist er nicht spontan? Nein, nicht so spontan. Was hast du morgen vor? Ich weiß es nicht. Hast du schon mal Helikopter geflogen? Nein. Hättest du da zum Beispiel mal Bock drauf? Ja. Helikopter wäre cool. Morgen soll ja ganz schönes Wetter werden. Okay. Was würdest du denn von einem kleinen Ausflug an die Nordsee halten? Cool. Dann nehmen wir dich mit. Ja. Warum lange warten? Am nächsten Morgen geht's sofort los. Der Hubschrauber ist bereit. Unser Ziel, die Nordseeinsel Norderney. Der unvergessliche Tag am Meer kann kommen. Okay. Das ist ein schönes Gefühl. Kevin sieht die Welt von oben und seine Familie ist bei ihm. Die Insel zeigt sich von ihrer schönsten Seite. Angenehme Temperaturen und immer wieder kommt die Sonne raus. Kevin und ich machen einen kleinen Spaziergang. Wir suchen uns ein ruhiges Plätzchen in der Natur. Wie geht's dir denn jetzt heute so? Zufrieden. Sehr zufrieden sogar mit der schönen Sonne und so. Und du sitzt neben mir. Also wer hat denn schon mal Kai Pflaume neben sich sitzen? Hubschrauber war echt geil. Kannst du mir mal erklären, weil das tatsächlich eine Situation ist, die ich mir nicht vorstellen kann, wenn man krank ist, so wie du jetzt. Und du weißt, du wirst nicht so alt werden wie andere Menschen. Das frage ich mich halt. Beschäftigt man sich dann manchmal auch mit dem Tod, mit dem Sterben oder ist das nie ein Thema? Also ich beschäftige mich wohl damit, aber es ist ja genauso, man kann ja auch nie sagen, als gesunder Mensch, wenn du dann so 19 bist, weißt du auch nie, was passiert. Also es könnte auch... Nur mit dem Unterschied, du weißt es halt nicht. Aber bei dir ist es ja so, du weißt ja... Ja, aber wenn ich das weiß, kann ich mich ja besser darauf vorbereiten. Aber das meine ich. Also tut man das. Also kann man sich darauf vorbereiten? Ja, also ich denke wohl daran, wenn ich mal nicht mehr hier bin, wie es an meinen Eltern geht, meinen Bruder. Und wenn ich sterben würde, muss ich irgendwie meine Eltern oder auch meine Freunde, meinen Bruder, muss ich alle irgendwie darauf vorbereiten, dass es mal irgendwann so kommt. Und ich finde, dann ist es auch meine Aufgabe, denen zu sagen, dass sie einfach weiter gucken sollen, wie sie es machen. Das ist echt unglaublich. Weil ich möchte ja nicht, dass, ja, tschüss Leute, ich bin nochmal weg und dann stehen die da. Also ich muss sie auch irgendwie darauf vorbereiten, weil ich habe ja auch viel von denen bekommen. Glaubst du an Leben nach dem Tod? Ich denke schon. Wie ist es eigentlich mit dir? Machst du dir auch Gedanken darüber? Weil du bist ja jetzt schon ein bisschen älter als ich, aber du weißt ja, dass du noch viel vor dir hast. Wie siehst du das denn? Also um ganz ehrlich zu sein, versuche ich diesen Gedanken an den Tod eigentlich am liebsten zu verdrängen. Am meisten denkt man in so einem Moment natürlich immer an seine Familie, an seine Kinder. Ja, heiraten, was wären die mal für ein Beruf und sowas. Und das finde ich extrem schade, wenn ich das verpassen würde. Aber ehrlich gesagt, so an ein Leben nach dem Tod glaube ich nicht wirklich so. Das ist so. Also ich glaube nicht, dass es irgendwie, dass man nochmal zurückkommt oder so. Das gehört nicht zu meiner Glaubenswelt dazu. Okay. Also ich finde, ob es dann wirklich ein Leben nach dem Tod geht, weiß keiner. Das kann ich dir auch nicht beantworten. Ich habe da auch noch keinen gesprochen. Ja, das stimmt. Also das weiß man ja selber nicht. Aber ich finde halt, mit dem Tod irgendwie umzugehen gehört auch mit zum Leben. Absolut. Absolut. Das macht einen auch stärker, wenn man ein bisschen darüber nachdenkt. Aber es ist natürlich ein Thema, das man gerne verdrängt. Und aus diesem Grunde finde ich es auch super, dass wir auch so offen darüber reden können, weil das natürlich auch spannend ist und ganz interessant ist. So vor allen Dingen, was du jetzt auch dazu sagst, das ist unglaublich. Danke. Zu einem perfekten Tag am Meer gehört natürlich auch ein Strandspaziergang. Nicht nur für Kevin, sondern auch für mich etwas ganz Besonderes. Diesen 20-Jährigen werde ich nie vergessen. Jungs. Komm, lass krachen! Ja, Alter! Oh, das war keine gute Idee! Danke, Kevin. Jawoll! Wow! Cool! 2015 waren richtig schön und jetzt freut mich aufs Jahr 2016. Und ich denke, das wird ein super schönes Jahr, weil ich habe viele neue Menschen kennengelernt und auch viele Freunde gefunden. Ja, und jetzt wollen wir noch ein bisschen weiter lernen. Schwäbisch Hall in Baden-Württemberg. Hier bin ich mit dem 26-jährigen Benjamin zum Frühstück verabredet. Ich habe ein paar Brötchen dabei und freue mich auf das Kennenlernen. Guten Morgen! Hi! Ich bin Kai. Ja, hab dich erkannt. Ah, vielen Dank! Wie geht's? Ich hab was zum Frühstück mitgebracht. Ich weiß nicht, ob du schon beim Bäcker warst. Hier lebt Benni mit seiner Freundin Sabrina. Der ehemalige Student musste seine Unilaufbahn vorzeitig beenden. Er hat Darmkrebs. Die Ärzte können ihm nicht sagen, wie lange er noch leben wird. Nimmst du Wasser oder O-Saft? Ich nehme auch O-Saft. Das Wasser ist nur, weil ich noch die Tabletten nehmen muss. Was musst du da nehmen? Das eine ist jetzt die Chemo. Also die Chemotherapie in Tablettenform. Diese Chemo, die du da jetzt nimmst in Tablettenform, die wieviel Chemo ist das? Oh Gott. Noch nie gezählt. Benni und Sabrina sind seit drei Jahren ein Paar. Mit voller Begeisterung beginnt Benni das Studium der Lasertechnik an der Uni Ahlen. Er träumt davon, Ingenieur zu werden. Sein Leben soll jetzt richtig losgehen. Doch am 18. Mai 2010, einen Tag vor seinem 20. Geburtstag, bekommt er die Diagnose Darmkrebs. Wer war der Erste, dem du davon erzählt hast? Sabrina. Kannst du dich nicht erinnern, was sie gesagt hat? Ich glaube, sie hat nur geweint am Telefon. Ja doch, sie hat gleich gesagt, sie kommt heim. Ja. Ja, da steht die ganze Welt halt erst mal Kopf, ne? Also, man darf halt halt die ganze Zeit dran denken irgendwie und man muss es irgendwie schaffen. Aber gelingt einem das? Kann man Momente finden, wo man sagt, oh, jetzt habe ich aber gerade mal zwei Stunden vergessen, dass ich Krebs habe? Also, ich finde die Momente auf jeden Fall noch und da bin ich auch ganz froh drüber, wenn ich in der Badewanne liege und mich entspanne und irgendeine Musik laufen habe. Und bei mir ist es ja aktuell so, dass es nicht operabel ist, sondern wir machen die Chemo auf Dauer. Aber es ist ja auch nicht so, dass man sagen kann, es ist heilbar. Wenn ich jetzt zum Beispiel gesagt bekomme, käme bei der nächsten Untersuchung, ah, sind wir das Tasten da, würde ich in meinem Kopf erst mal denken, ah, jetzt habe ich noch drei Jahre. Also, so würde ich erst mal denken. Aber wäre dir das lieber, aber wäre dir wirklich lieber, du hättest heute ein Enddatum? Das ist eine gute Frage. Würdest du wissen wollen, wann du stirbst? Ich weiß es nicht. Das ist aber eine Frage, die kann ich glaube ich für mich gar nicht beantworten, weil ich mich natürlich nicht in der Situation befinde und mir immer die Frage stelle, naja, habe ich jetzt noch ein Jahr? Habe ich noch fünf? Worauf kann ich mich einrichten? Also, das ist auf jeden Fall extrem schwer. Ja. Da kommt ja noch die ganze Geschichte mit meiner Mutter dazu, die auch Krebs hatte. In der Zeit, in der Benni mit seiner eigenen Diagnose ringt, wird bei seiner Mutter ebenfalls Darmkrebs festgestellt. Die Krankheit ist bereits im fortgeschrittenen Stadium. Von diesem Moment an gehen die beiden gemeinsam zur Chemotherapie. Sie hatten immer ein inniges Verhältnis. Bennys Mutter verliert den Kampf gegen den Krebs. Sie stirbt 2013, kurz nach ihrem 56. Geburtstag. Warst du bei ihr, als sie gestorben ist? Ich habe mich davor noch von ihr verabschiedet und sie hat immer gesagt, sie will daheim sterben und dann kam sie eben nach Hause. Und das war glaube ich an einem Freitag und am Sonntag drauf ist sie schon gestorben, also nur zwei Tage später. Krass. Ja, ich meine, du bist noch keine 20 Jahre, kriegst die Diagnose Darmkrebs. Und in der gleichen Zeit, ja, kriegt deine Mutter auch Darmkrebs. Und ihr geht zusammen zur Chemo und am Ende erlebst du dann auch noch mit, wie schnell es auch gehen kann. Ja, da gab es schon eine krasse Situation, also das auf jeden Fall, das Psychische mit meiner Mutter und so alles, das war halt echt, echt schon heftig. Benni erzählt mir, was ihm Kraft gibt. Er erzählt mir von seiner großen Liebe Sabrina. Ja, man sieht, Sabrina liest ganz viel. Ich lese zwar auch, aber ich bin ja eher so der Sachbuch. Und Sabrina liest dann eher so die Thriller. Sachbuch, ist schon klar, ne? Achso, ja. Und das ist eure Hochzeitsanladung? Genau das. Kein Weg zu weit. Genau, das ist so unser Motto. Wann wird geheiratet? Nächstes Jahr? Genau, nächstes Jahr. Wer hat wem den Antrag gemacht? Den habe ich gemacht. Ja, das war ein Silvester. Wenn halt alle Raketen hochsteigen und Feuerwerk, dann hatte ich so den Dringer aus der Tasche geholt. Wie lange hat sie gezögert, bis sie ja gesagt hat? Keine Sekunde. Jetzt möchte ich diesen besonderen Menschen in Bennis Leben kennenlernen. Wir holen Sabrina von der Arbeit ab. Sie ist Heilerziehungspflegerin, betreut Menschen mit Behinderung. Freut mich sehr. Ja, mich auch. Ihr habt euch aber schon hier kennengelernt? In Schwäbischal, genau. Das war bei mir auf der Arbeit, weil Benni zu der Zeit ja da Zivildienst gemacht hat. Wer hatte denn zuerst dein Auge auf den anderen geworfen? Ich glaube, das war ziemlich ... Na komm jetzt, ich komme nicht mit so einer Politiker an. Das ist ja gleichzeitig, das was gibt es nicht. Also ich fand dich schon gleich am Anfang ziemlich süß. Ja okay, dann war Sabrina zuerst. Benni und Sabrina verlieben sich vor sieben Jahren. Zu dieser Zeit ist Benni noch gesund. Sie erleben tolle Urlaube zusammen. Als Benni krank wird, steht Sabrina fest an seiner Seite. Ist Kinder ein Thema? Ganz großes Thema. Ich bin ja unfruchtbar. Das kommt aus von der Bestrahlung, weil eben der Tumor im Becken war. Liegt eben der Hoden im Bestrahlungsbereich. Und deswegen wird es halt nur über künstliche Befruchtung gehen. Das heißt, du hast aber insofern vorgesorgt ... Genau. Wie hatte eine Facharzt mal gesagt zu den eingefrorenen Samenzellen? Nein, Eisbärchen. Eisbärchen. Genau, Eisbärchen. Also anfangs hatten wir da schon grundsätzlich verschiedene Ansichten. Ja, wir sind uns ja aber auch jetzt noch gar nicht so ... Ja, da bist du noch nicht ganz auf so einem Grünzweig. Weil ich halt sag, na, wenn ich dann doch irgendwann sterben sollte, dann wächst das Kind ohne Vater auf. Und, ähm, also ja, vielleicht ist das auch jetzt einfach egoistisch, aber für mich, wie ein Kind, einfach auch so ein Grund, und, ähm, ja, einfach nicht aufzugeben und einfach weiterzumachen. Aber das heißt ja schon auch, dass du dir auch Gedanken darüber machst und auch weißt, dass es im Zweifelsfall irgendwann dazukommen kann. Ja. Dass Benni nicht mehr da ist. Ja, es ist halt einfach Fakt, dass die Krankheit in seinem Fall nicht heilbar ist. Und, ähm, ja, es wird einfach irgendwann mal so sein, dass er nicht mehr da ist. Ja, jetzt haben wir erst mal die Hochzeit vor uns. Und dann schauen wir mal weiter. Da ist ja gleich wieder der Positiv, Benni. Ja, genau. Ja. In dem Punkt am Leben, wo ich mich jetzt sehe, überlege ich jetzt, was habe ich die letzten Jahre gemacht? Ich hatte eigentlich nur Krebs und habe jetzt in dem Sinne keine Ausbildung gemacht. Wir haben jetzt kein Riesenhaus und sind jetzt finanziell nicht, stehen jetzt hier super, mega abgesichert da. Ich will dir mal eins sagen, also ich kenne viele Leute. Die haben ein großes Haus und die haben keinen Krebs. Und da denke ich mir, wäre besser gewesen, wenn die keine Kinder gekriegt hätten. Also insofern, das ist nicht das Entscheidende. Und das hilft mir dann auch, also wenn ich so die Rückmeldung kriege. Benni zeigt mir seinen Lieblingsort mit Panoramablick auf Schwäbisch Hall. Hier hatte er Sabrina einen Heiratsantrag gemacht. Der 26-Jährige weiß nicht, wie viel Zeit ihm noch bleibt. Aber er hat noch viele Träume. Ich möchte herausfinden, was sein größter Traum ist. Was sind noch Dinge, wo du sagst, das möchte ich, das möchte ich noch erleben? Ähm... Also das ist schwierig, so etwas Konkretes zu sagen. Ich halte mich dann halt meistens an die Sachen, die er auf seinem Blog da veröffentlicht hat. Ich glaube, da steht ein Musical dabei. Ah ja, stimmt, das geht immer. Was stand noch so drauf? Die Polarlichter standen drauf. Ach Gott, das stand drauf, stimmt. Ja, natürlich. Ja, da muss man halt so weit weg. Wie kommst du dazu? Einfach so, weil er das schon immer cool fand, das Naturphänomen an sich. Weil ich es mir auch gar nicht so vorstellen kann, wie das so ist, das so persönlich zu sehen war. Ja, aber dann lass uns das doch machen. Wie? Dann lass uns doch morgen früh nach Finnland fliegen. Wie morgen früh? Ich kann doch morgen früh nicht nach Finnland. Warum? Hast du eine warme Jacke? Ich glaube, ja. Hast du warme Schuhe? Ja. Hast du einen Personalausweis? Ja. Dann hast du da alles, was wir brauchen. Ja. Verrückte Idee, aber cool. Ich bin gerade noch ein bisschen geflasht. Ich bin gerade ein bisschen sprachlos. Ja. Ja. Wir verlieren keine Zeit. Wir hatten die Gegend mit großer Abenteuerlust und einer Portion Adrenalin. Unser erstes Ziel, eine alte, stillgelegte Mine nördlich von Rovaniemi, der Hauptstadt von Lapland. Von hier hat man einen spektakulären Ausblick. Ich sag mal, nach Nebel und Wolken sieht es ja heute mal nicht aus. Also jetzt sieht es ideal aus eigentlich. Man kennt es ja eigentlich so von Fotos oder von Postkarten, aber so mit eigenen Augen ist es dann doch nochmal atemberaubender. Hat sich gelohnt, oder? Auf jeden Fall. Jetzt schon. Für den Blick schon hat es sich gelohnt. Weiter geht's Richtung Norden, zum Polarkreis. Benni übernimmt das Steuer. Auf dem Weg entdecken wir eine Rentierfarm. Mehr Finnland geht nicht. Das ist jetzt fast kitschig, oder? Na, was schmeckt besser? Meinst du, das ist so ein Kai? Und das ist sie, unsere Hütte am See. Die Schönheit der Natur ist atemberaubend. Bei minus fünf Grad erkunden wir den Ort vom Wasser aus. Das ist doch heute so ein Tag, der am besten nie zu Ende geht, oder? Ja. Sag einfach Uhr anhalten. Wie weit bist du jetzt gerade gefühlt weg von zu Hause? Oh Gott. Tausende Kilometer, ganz weit weg. Zuhause ist, wo Sabrina ist. Und die macht sich gerade heimlich auf den Weg zu uns. Sie will Benni mit ihrem Besuch in Finnland überraschen. Vergisst man auch die Krankheit da wirklich so, dass man zwischendurch mal so gar nicht mehr überhaupt mehr dran denkt? Ja, also doch. Zwischendrin eigentlich schon, ja. Ich glaube, in dem Moment, wo wir das erste Polarlicht sehen, da ist alles vergessen. Ja. Am Abend machen wir ein Feuer. Und Benni zeigt mir am Kamin seinen Videoblog. Hier klärt er über seine Krankheit auf. Eigentlich habe ich dann erst mit dem Blogschreiben angefangen nach dem Tod von meiner Mutter. Weiter bei der Chemo. Die läuft soweit normal weiter. Blutwert auch wieder ganz gut. Durch meinen Blog will ich eben erstens aufklären und Mut machen. Ich habe ja auch den künstlichen Darmausgang. Dann rolle ich den einfach nur nach oben und drücke den überall fest. Ja, so Nebenwirkungen von der Chemo sind eben so nervige Sachen wie eben die Impotenz, Inkontinenz. Lieber ein Beutel am Bauch als ein Zettel am Zeh. Ey, Krebs ist schon eine fiese Sau. Ja, total. Syrisch ist es halt schon krass. Und sowas kann man halt nicht so einfach erklären. Andere Leute wollen das auch nicht gleich hören. Ach ja, ich bin mit Impotenz und die ganze Geschichte. Man muss sich immer so ein bisschen rantasten. Du kannst ja nicht sagen, Servus, ich bin der Benni, ich habe Darmkrebs, ich bin Stomapatient und bin Impotenz. Und ich kriege auch keinen mehr hoch. Aber sonst geht es mir ganz gut. Das sage ich auch ab und zu so. Benni zeigt mir ein Foto, das ihm sehr viel bedeutet. Ein Foto, das er sich immer dann anschaut, wenn er gerade besonders viel Kraft braucht. Das war halt so mein Ausdruck, um zu zeigen, Krebs kann nicht mal. Und ich rocke mein Leben trotzdem irgendwie. Ja, oder strecke dem Krebs die Zunge raus. Ja, ist gut geworden. Dann ist es soweit. Sabrina ist gerade angekommen. Ich weiß Bescheid. Aber um Benni auf eine falsche Fährte zu locken, schreibt sie ihm eine SMS. Ich sehe gerade das in was geschrieben. Uns geht's super. Super. Kennst du Schüttelfotos? Alles, gell? Okay. Wie fühlt das? Hä? Was machst du denn hier? Mit dir Polarlichter anschauen, hoffentlich. Ich wusste doch, dass hier irgendwas aushängt. Hilfe! Oh Mann, so cool. Ich hab noch gedacht, es wäre doch das Perfekt, wenn du auch hier wärst. Schön, dass du da bist. Benni hat seine Sabrina bei sich. Jetzt müssen wir uns aber beeilen. Denn die Polarlichter warten nicht auf uns. Der Himmel über Finnland ist wolkenlos. Allerbeste Voraussetzungen. Oh, das ist doch eins. Ja. Jetzt hat er nichts. Und dass sie so auftauchen, wie so von Geisterhand. Ich wusste es, Benni. Und ich hab's gehofft. Das ist cool. Das ist echt wie auf den Fotos. Das ist genau der Moment, Kai, wo du gemeint hast, in so Momenten könne die Zeit stillstehen. Ja, oder? Ich glaube, ich lass euch jetzt mal noch ein bisschen Zweisamkeit. Neues? Ja. So. Schöner Abschluss vom März 2015. Was ja ein gutes Jahr war. Leidig war schon. Und jetzt kommt ja bald unsere Hochzeit. Und wir hoffen, dass jetzt 2016 unser Jahr wird. Genau uns geht's beiden gut soweit. Und ja, nach der Hochzeit wollen wir dann mal das Thema Kinder angehen. Und schauen, dass uns der Wunsch auch erfüllt wird. Tschüss. Tschüss. Ja, genau das ist dein Leben. Das ist wie du lebst. Und wir manchmal fliegen, nicht mal wissen, wie es geht. Und wir immer wieder aufstehen und anfangen zu gehen. Ja, genau das ist dein Leben. Und du wirst es nie verstehen. Und du wehn sagen, dass wir viele befassenen, nasze größer laufen überhaupt nichts zu machen. Und der ist wichtig,كن wir eher so, wie es leicht ist, etwas, mit einer Kiste.